Willkommen zurück zu Borderlands 2 mit Schnorrerine und Fuber. Margarine, hi. Wir öffnen jetzt die Sicherheitstür. Bereite Bioscan vor. Bitte auf der Seite. Bioscan, Bioscan. Scanne Biosignatur. 17, 13. Biosignatur. Biosignatur bestätigt. Hallo Sexy. Hallo Sexy. Das Passwort lautet, ich liebe dich. Ich hoffe, der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Genau. Ich liebe dich. Zugang gewährt. Nimm es als eine letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung. Kehr um. Und ich verspreche dir, ich mach's kurz, aber ich schwere dir einen Schritt weiter. Und jeder Mensch ist schwer, ich kann im Sterben zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leid. Iridium allein kann den Kammerschlüssel nicht aufladen. Man braucht einen Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Einen Katalysator. Eine Sirene. Den komm mal her, Sirene. Er versteckte sich jahrelang vor der ganzen Welt. Aber endlich kannst du sie befreien. Jetzt kommt der... Bist du unten? Ja. Noch nicht ganz. Gleich kommt dein Mega-Jump, Edda. Und dann bist du tot. Ich registriere, dass du dich näherst. Beeil dich und stusche zu mir. Du musst den Kammerschlüssel holen und... Nein. Ich muss mich ausschalten. Bäm. Wolltest du mir versauen, ja? Du Sack. Du Arsch. Hätte fast geklappt. Oh, jetzt hier ist wieder so laut. You, baby, you, baby, you. Klau den Kammerschlüssel. Jawohl. Der Kammerschlüssel ist hier. Aber... 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 Du musst nicht... Zerstören. Doch es darf nicht mir gehören. Zerstören. Ich habe mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen, um den Schlüssel aufzuladen. Nein, ich will hier raus. Ich auch. Wenn die Iridium-Injektoren zerstört, die mich am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter ausgeladen. Und eine lebenslange Knechtschaft... Jetzt guckt die mich an. Ich habe mich von meiner Tochter verdammt. Welche Tochter? Verdammter Sonner, Angel! Ich halte dich auf, du Verstappener! Du verdammter Penner. Hä? Wieso reißt du jetzt? Hehehehe. Die Iridium-Injektoren, zerstörme dich! Verdammt. Scheiße, ich komme nicht rein! Du musst den Knopf drücken. Achso. Das wäre ja geil gewesen, ey. Andi, wenn du dich aufhörst, komm ich runter! Ich komme nicht rein! Lass du! Der Feigling würde im Ries jetzt gegen dich kämpfen. Nein, du bist raus! Oh. Ah, du bist ja ein Typ! Hehehehe. Der macht hier immer das Tor auf. Irgendwie ist der Raketen einfach scheiße. Ich kann Jacks-Verteidigung nicht stoppen! Sei vorsichtig! Ich komme. Du bist ja fast tot. Ja. Ich helfe dir so gut ich kann. Das ist nicht genug. Nagio-Z Imagino. Ich kann's gut überéo up. Du bist ja nicht ber vraag. Ich bin ja wohl auf dich. Oh Hinten ist HP-Kugel Ich will gerade ungern hier runter Oh Kriegst du was? Kriegst du? 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 Roland, du musst die Schilder und meine Indium-Injektoren reaktivieren Na, hab ich was verpasst oder ist Insel eines die Regeln? Ich meine sofort, Roland Ja, bin dran Neuer Roboter Geschützballert Oh shit Schakedön Oder war ich das? Ich glaube es ja Was ist die Schuze? Was ist die Schuze? Oh shit Und wo ist Läuser? Oh Läser Er will Schuldgefühle sein. Du sollst umlaufen, es sei eines deinem Schuss. Hör dich hin! Ich schicke dir Munition! Der Schild ist unten! Sieh's auf den Injektor! Mein Geschenk steht, Soldat! Hier hinten sein Deckung! Wo hat er seine Schilder? Hier, ganz schlau, ey! Oh! Richtig gut, Roland! Du bist ein Typ! Naja, da ist er zur Seite! Oh, deshalb! Das ist gut! Naja, deshalb... hatte ich getragen, wo das ist. Naja, deshalb... hatte ich getragen, wo das ist. Wird gesetzt? Wird gesetzt? Wird gesetzt? Wird gesetzt? Wird gesetzt? Hörst du! Übler Loader! Übler Loader! Geh mir schlecht, oder was? Hey! Medikids! Me-me-me-medikids! Me-me-medikids! Oh! Oh, das heilt aber richtig wenig! Munition ist zu dir an der Weg! Was heilt? Richtig wenig, sein Geschütz hier! Vielleicht so ein Support-Geschütz! Ja, oder du bist grad über so ne Dings gelaufen! Warum nimmt dann die Muni nicht selber? I don't know, it's Christmas time! Nein! Alter! Alter! Watt, Alter! I! Oh! Boah! Ich glaub ich bin gleich down! Jo, bei mir ist auch nicht mehr viel! Oh, bin down! Du bist da oben? Oder wo? Oh, wir kommen ja da hoch! Boah! Warum tötest du den denn? Weil ich's kann! Schau! Ruhe bewahren! Und wo ist er hier noch? Komm schon wieder, weißt du? Na das ist aber schlecht Ja ich hab nicht auf dich gehört Hey sieh mal Feinde Hey sieh mal Feinde Ist das hier wieder sein komisches Geschicksal? Ja, hier ist er noch heiß Die schießt die immer irgendwie weg Halt still Wie läufts da drüben? Lilith, wir müssen hier weg Alles klar Es ist noch nicht vorbei, bleib wachsam Geschützt Oh, Laserbeam Ich liebe meine Kleckskirche Obwohl du sie wirst Was ist das? 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 Okay, hörst du mich nicht? Hörst du meine Kleiner nicht? Oh, ich glaube ich sterb gleich Ja Na toll War gut Ich Vor allen Dingen, ich liebe das Dingle Wenn Roland dann die Jäger tötet Und du den letzten Gegner noch töten wolltest Um dann wieder Leben zu kriegen Was ist das? Du wirst das Leben des unschönen Menschen beenden Ja Jack hat mein Leben schon vor seiner Zeit verendet Jetzt muss Schluss sein, Kammerleger Schüttchen ist Lund Schieß auf den Injektor Ist das jetzt nicht schon Ende hier? Eigentlich Vorbei Es ist Teufra Danke Freund Angel mein Schatz Du kannst das verhindern Ich verzeih dir auch Dad Ich muss dir was sagen Du bist ein Arschloch Angel Und damit meinte sie dich Den Zuschauer Was für ein Mensch tut so etwas deiner eigenen Tochter an? So einer hat den Tod verdient Was den Zuschauer Ja Level A Boo Boo What Boo Sie ist tot Jetzt hat Jack keine Chance mehr den Krieger zu wecken Wir haben den Kammerschlüssel Aber es ist noch nicht vorbei Wir müssen Jack finden und ihn erledigen Lilith bring den Kammerschlüssel zu Tannis Ich übernehme Jack Oh oh Roo Lath Jack Du Dreckskerde Ich werde Hört eine Vorsicht Wie geht der Spruch? Kämpfe niemals gegen einen der nichts mehr zu verlieren hat Ich werde dir zeigen wieviel du noch zu verlieren hast Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten um das zu tun Genau Lilith Töte den Kammerjäger Wir haben noch ein Date mit dem Krieger Tu es Lilith Nein Ey Was ist passiert? Was zum Henker ist passiert? Herr Splatwing Und jetzt das? Kammerjäger Wir treffen uns in Sanctuary Wir müssen Lilith zurückholen Ja Voll die Frechheit hier Uh Ne Wat hu? Wat testen hu? Alles gut Ach hier hat er wieder Und welche Wacken entlaut Klar Aber nur einen Raketenwerfer Mit 100.000 Nichts besonderes Jaja Du Dieb Tch Das ist ja irgendwie so grau Wie siehts aus? Können wir? Warte doch mal Wir haben ja noch welche vergessen Du Trottel Geh doch wieder zurück Juba Geh doch wieder zurück Geh doch wieder zurück Du Trottel Ach Schlumpfhausen Bitte sehr Bastard Das war nur ein Trick Lass mich wischen mit dir Alles ok Ja Habe ich dich nach Sanctuary gebracht? Ja Ich fühle mich ganz komisch Ja Das Gerät mit dem Jack mich traktiert Was riecht denn da so? Eine Schnorrerine Also Folgenpause oder announce Verzeihene Ich leh'n folgenpaause Ok Ja as Äh Untertitelung des ZDF, 2020